Jetzt haben wir es dann geschafft. Die Pandemie ist hoffentlich bald bewältigt. Ein normales Leben steht vielleicht schon bald vor der Türe. Darum ist es jetzt Zeit. Es ist Zeit für Unihockey. Ja, endlich! Die Massnahmen werden gelockert, die Halle geöffnet, der Amateursport kann wieder ein wenig atmen. Und wenn die AmateursportlerInnen etwas brauchen, dann Luft. Und Liebe. Schliesslich kommt das Wort Amateur vom latinischen Wort amare, lieben. Und dementsprechend ist der Amateur der, der liebt. Im Gegensatz zu seinen grossen Geschwistern aus dem Profisport, die es nur fürs Geschäft machen und dementsprechend bevorzugt werden. Logisch. Weil was wissen wir spätestens nach dieser Pandemie? Die Wirtschaft zählt. Wobei man natürlich zu Recht fragen kann, wo hört der Amateursport auf und wo fängt der FC Basel an? Aber vergiss Fussball. Kein Sport hat mehr für die Wirtschaft gemacht als Unihockey. Weil wer sich entscheidet Unihockey zu spielen, sagt eigentlich, Irgendwenn, wenn ich gross bin, mache ich das KV. Und hey, die KV-Lehrlinge sind zurückgeraten von der Schweiz. Sie stützen unser Finanzsystem und lernen darum im Unihockey auch schon früh, gleichzeitig sich zu bücken und zu zackeln. Die Last der Ökonomie auf den Schultern und den Blick immer schön nach unten gerichtet. Ja, 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 jetzt wird rennend auf den Boden geguckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Kurz gesagt, die Säulen unserer Gesellschaft spielen Unihockey und gehen am Stock. Von der Pubertät bis zu den Renten. Und wenn du jetzt fragst, aber ist das denn gesund? Dann bist du ganz sicher keine Unihockeyspielerin. Wer Unihockey spielt, macht das nicht für Gesundheit, sondern fürs Team. In Fachkreisen nennt man den Sport auch gar nicht mehr Unihockey oder Floorball, sondern schlicht und einfach Hexenschuss. Ganz ehrlich, das ist kein breiter Sport. Das ist eine physiotherapeutische, massenvernichtungswaffe. Unihockey oder wie erreiche ich meinen Bandscheibenvorfall noch vor dem Stimmbruch? Wer nicht glaubt, dass der Mensch vom Aff abstammt, hat Unihockey noch nie gesehen. Millionen Jahre menschlicher Evolution zugrunde gerichtet von 50 Jahren Hallensport. Und was ja viele nicht wissen, der Ischias Nerv ist nach einem österreichischen Unihockeyspieler benannt, der kurz vor einem entscheidenden Goal Ischias geschraut hat, geschossen hat und dann zusammengebrochen ist. Mit der einen Faust zum Himmel und mit der anderen Hand am Lendenwirbel. Ein Held vom Amateursport. Wir werden nie vergessen. Eine Ruhe in Frieden. Rest in Pilates. Aus all diesen Gründen ist höchste Zeit für Unihockey. Die Pandemie hat uns gelernt, die einfachen Sachen zu schätzen. Und Unihockey ist gelebter Pragmatismus. Man hat, was man hat. Weil was bleibt am Ischiaspieler, wenn das Eis schmilzt? Richtig, nur noch Hockey. Unihockey. Und ein paar sehr unpraktische Schuhe. Das Unihockey kann nichts erschüttern. Weder Klimawandel noch Pandemie. Und erstreckt nicht die Impfung. Der kurze Stich in den Arm isch nix gegen das ewige Stechen im Rücken. Und nix tut mehr weh als einen abgewehrten Unihockey Schuss an den Oberschenkel. Langzeitnebenwirkung. Bellelibranding. Impfskepsis überflüssig. Geh im Unihockey ein Spiel lang ins Goal. Und du hast nachher mehr rote Flecken an deinem Körper. Als alle vermaserten Rudolf Steiner Kinder zusammen. Drum. Unihockeyspielerinnen aller Länder. Vereinigt euch. Seid stolz. Erhebt euch aus euren verfurzten Shutdownsofas. Und stehnt auf. Also so gut es mit euren krummen Rücken halt noch geht. Auf nichts. Auf nichts vor. Aufahhip Fund. Da, aufhide ich auf!